Die Wiener Hofburg Teil 2 Wusstet ihr, dass in Wien sogar die Pferde eine Burg haben? Gemeint ist die Stallburg ein Teil der Wiener Hofburg. Gar nicht weit weg vom Schweizer Trakt wurde die Stallburg im 16. Jahrhundert von Maximilian II. errichtet. Wegen der Modernisierungswut der Habsburger ist die Stallburg eines der wenigen Renaissance-Gebäude, die in Wien überhaupt noch erhalten sind. Das Gebäude war als Multifunktionsanlage geplant. Dort sollten Stallungen, Gästeappartements, Werkstätten und Wagenremisen untergebracht werden. Ab dem 17. Jahrhundert war sogar die Gemäldegalerie dort drin beherbergt, die heute zum großen Teil im Kunsthistorischen Museum zu sehen ist. Was über die Jahrhunderte aber gleich blieb und auch heute immer noch so ist, die Pferde der spanischen Hofreitschule befinden sich im Erdgeschoss. Hier sind die Lipizzaner Pferde untergebracht und werden dann über die Straße geführt in die Winterreitschule zu ihren Vorführungen. Bis zum nächsten Mal!